Ja, genau. Mensch, Mensch, schmeißt die eine jetzt rein, oder? Ja, das ist wurscht. Das ist die Fahrwerkswarbung, ist das, ja? Ja. Schmeißt die eine mit 30 Grad, ja, genau. Super. Wenn's wollt, könnt ihr mal schauen, auf YouTube gibt's von mir einen Anflug in Salzburg. Echt? Ohne Fahrwerk, mit Klappen 1 und 40 Fuß über die Biste. Hast du noch nicht gesehen? Ja, da hab ich noch nicht gesehen, was ich mir anschaue, ja. Gibt's Low Approach, glaube ich heißt das, oder Low Over-Flight Runway 3. Ah, wirklich? Super, cool. Muss ich mal schauen, ja. So. Haben wir jetzt ein paar mehr Turbulenzen, oder? Wie weißt du das wenigstens? Willst du mehr haben? Ja, ein bisschen mehr. Ich glaube, er vertragt schon ein bisschen mehr Winter, Stefan. Das war noch, der war unterfordert, das hab ich genau. Ich sink mal ein bisschen, das ist noch nicht zu viel höher. Genau. Ja, genau. Ah ja, da vorne siehst du schon die Piste, schon Steffen. Ist doch so gut, aber wir sind jetzt eh auf 17. Genau. Bede kann dann, wenn der Zeit hat jemand Flaps fahren, beziehungsweise Fahrwerk, wenn der Stefan halt will. Ja. Das hilft auch beim Sinken, genau. Ja, machen wir. Flaps 2. Wir werden das gehe auch schon raus, dass man Geschwindigkeit zerstört. 2.500. Gut. Flaps sind zwei und vier ist gleich. Ich vertraue mir drauf, dass jetzt... Nein, nein. Jetzt würde ich doch die Emergency Extension brauchen. Also, das wird jetzt leicht verwackelt. Okay. Schaut doch mal die Scheibenbescheine. Da oben ist gut. Ja. Bisschen gewonnen. Genau. Kannst du dir schon vollgeben, dass ich... Aber dafür geht es ja nicht. Also, geht es wieder nicht? Ah, jetzt ist es nicht. Jetzt ist er da. Okay. Okay. Ja. Rechte Hand am Schubhebel. Ja. Ja. Blending Life kann man immer reinkommen. 300. Ja, alles aufgedreht. 200. 100. 50. 40. 20. Retard. Ja. Okay. Ja. 11. 10. Tång. 12. crystal. 20.